Das zerstört das. Digga! Kodex21 Video Blog 4 Und ich hoffe ihr werdet diese Video mögen. Peace! Ja Freunde, wir haben wieder ein paar Neuigkeiten für euch bezüglich des Albums. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir euch das Album zum freien Download stellen. Wenn er sich wieder ein kriegt, wird er da gleich auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Jedenfalls wird es keine CD, sondern wir stellen euch das im Internet zum freien Download. Aaron, willst du da noch was zu sagen? Nein, Mann! Auf jeden Fall, ihr könnt darauf gespannt sein. Es wird so in anderthalb Monaten circa, je nachdem wie schnell wir fertig sind, euch zum Download zur Verfügung stehen. Und checkt das ab. Bis dahin versuchen wir noch zwei, drei Videos zu drehen. Wir danken euch für den Support bisher. Das ist echt super. Wir merken gerade, es läuft. Interesse. Wir kriegen viele Nachrichten, Kommentare und macht so weiter. Erzählt das den Leuten. Gebt euch den neuen Staff von Codex21, Arenborn, Chico, Harlad, at Eurojung. Peace! Ja, ihr seht hier den Chico im Essen. Zeig mal wie du fett reinbeißt. Das hier ist übrigens die Stimme aus dem Off. Moin! Da wir von Codex21 ja bekannt sind für unsere kulinarischen Feinheiten, haben wir heute für euch ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar, die Frage stellt ihr jetzt Chico. Was esse ich hier? Ist es A. Farenikis oder B. Chicken Wings? Okay, die Frage könnt ihr beantworten und zwar unter den YouTube-Kommentaren. Und da wir Christen ja so nette Menschen sind, kann bei uns jeder gewinnen, der die richtige Antwort unter dem Video schreibt. Und dann wird die Skill ja sehr Cloch gesagt.